Und wir sind beim Torwarnschießen, liebe Zuschauer. Der Herausforderer ist Thomas Standke, ist 32 Jahre alt, Student aus Potsdam. Herzlich willkommen. Hallo. Er sagt, meine Lieblingsspieler sind Mario Basler, Eric Antona, Polgastoin und Walter Frosch. Und da ist er hier im Dartspot, glaube ich, gut mit aufgehoben. Hier ist das Bewerbungsvideo von Thomas. Ein lupenreiner Dreier aus sehr weiter Entfernung, Thomas. Kann man lassen. Sehr gut. Thomas, Sie treten an gegen einen Dart-Weltmeister. Das kann ein Vorteil sein, muss aber nicht. Michael, it's your turn. My turn. Yes. The first long one. Ja? Ich bin dran. Dreimal darf ich schießen? Okay. Hallo. So, jetzt ist Thomas dran. Wie unglücklich war das. Was für ein Pech. Was für ein Pech. Kann ich deine Schuhe haben? Das ist ja mal ein Wort. Drei Treffer unten. Und ein letzter. Leider nein. So, jetzt der Thomas. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, der ist super. Schade. Thomas, das war super klasse. Wow, da ist mir aber einen Moment lang heiß geworden. Sechs Mal hat es noch nie jemand geschafft. Toll. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke. Michael van Gerwen, alles Gute. Vielen Dank fürs Kommen und toi 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 für alles. Es war wirklich schön, dir dabei zu sein in der Sendung.